Rahmenbedingungen verbessern. Am 5. November trafen sich wieder die Standesvertretungen zu den Generalversammlungen. Tausende Lehrkräfte nutzten die Gelegenheit, sich über zukünftige Herausforderungen an Schule und Unterricht zu informieren. Wir waren mit der Kamera dabei. Schule 4.0. Im Rahmen der Public Lectures-Vorträge an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich war die ehemalige Unterrichtsministerin Claudia Schmid zu Gast. Sie gab einen Blick auf die Zukunft der Schule und welche Anforderungen künftig ans System aber auch an Schüler gestellt werden. Und Schulleiterkongress. Unter dem Motto Schulen gehen in Führung trafen sich heuer bereits zum zweiten Mal über 400 Schulleiter zu einem Kongress in Wien. Über 25 Referenten sprachen in Vorträgen und Praxiskursen über die Anforderungen an Schulleiter. Einen Tag zuvor haben sich am selben Veranstaltungsort die Kindergartenpädagogen zum Kongress getroffen.